Große Stimmung bei den Union-Fans. Der Kraftakt vom vergangenen Sonntag 1 zu 0-Sieg über Bielefeld ließ es sich wiederholen, sagt Union-Trainer Wotawa. 15.000 Zuschauer schweigen still. Leverkusen ohne die verletzten Ramelow, Lucio und Nowotny macht das Spiel. Nach 20 Minuten die erste ernsthafte Annäherung der Berliner. Ristic, 4 Meter bis zum Tor. Eisern Union. Nach der Pause bringt Wotawa für Prudera und Ristic zwei Stürmer. Joppe und Keita. Viel besser wird es nicht. Okeke. Die Union-Fans singen weiter zum Trost. Ponte. Wohlnikowski. Ein Angriff der Berliner noch. Petz. Das war es dann auch schon. Bayer 04 Leverkusen gewinnt ziemlich mühelos gegen Eisern Union 5 zu 0. So, wie sich das für den Tabellenführer der Bundesliga gehört. Wir fühlen uns wohl in Berlin. Das Beste, sage ich mal, waren die Fans hier bei Union. Müssen die sich Sorgen um die Mannschaft machen? Da wissen Sie, wir lagen so oft am Boden. Ich sage mal, seitdem ich hier bin, lagen wir mehr als einmal am Boden. Und wir stehen auch wieder auf. Die Union-Fans jedenfalls stehen nach wie vor wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.